Heute sind wir leider ein bisschen voller Besetzung da. Unser Zweitgliedarrist und Zweitmobilist. Der muss leider arbeiten. Der hat gesagt, er soll krank machen. Da haben wir jetzt einen Zweitgliedarrist heute auch angelernt. Der Konstantin! Und der kommt wieder! Mit dem machen wir nächstes Jahr, oder scheiße, dieses Jahr. Auf ne relativ große Tour. Ich glaub acht oder neun Konzerte mit euch. Das ist aber wirklich. Das ist ja ne Scheiße. Nächstes Lied. Oh, okay. Dann könnt ihr was cooles machen. Das ist ja neuer! Wir sind mit drei Seiten! Nein, nein! Nein! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.